Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Hynia und herzlich willkommen zum 20. Call of Duty Black Ops 3 Online Let's Play! Ja, meine lieben Freunde, heute zocken wir wieder eine schöne Runde Call of Duty. Fragt den Rillpeter, wird es natürlich auch demnächst wieder geben, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Nur ich wollte heute unbedingt mal mit euch zusammen hier die dritte Map anzocken oder eine von den dreien. Wir gucken mal einfach gleich spontan, welche kommen wir bei dem Awakening DLC Map Pack. Ich bin heute wieder mit dem Account von Drjim und Chandram drin. Wenn die Jungs von BeReal haben heute ihr neues Video hochgeladen, könnt ihr mal gerne auschecken. Oben in der Beschreibung verlinkt, da bin ich auch mit dabei. Und ja, würde ich sagen, stürzen wir uns auch direkt ins Gefecht. Ab geht die Post. Ba-bam! So, meine lieben Freunde, und da haben wir auch schon direkt unser erstes Spiel gefunden. Das ist die ganz neue Map, die wir noch gar nicht gezockt haben. Ich persönlich habe die auch noch nicht gezockt. Guck mal, wie riesig die ist, Alter. Gauntlet Outlet. So, da bin ich mal gespannt, was hier so abgehen wird. Das Titelfoto sah ganz cool aus. Wow, wo sind wir denn hier gelandet, ey? Ich spiele jetzt zum ersten Mal hier Schnee. Alles wird am Start. Einfach so eine Schnee-Area. Alter, wie krank das einfach ist. Hier ist die Stellung. Okay, jetzt geht's los, Leute. Nachladen, nachladen. Das meintet ihr alle zu mir. Es soll nach jedem Gunfight am besten versuchen nachzuladen. So, wir gehen mal langsam hier vor. Alter, oh mein Gott. Jetzt ist da noch ein Dschungel. Was ist das für eine Map, Alter? Da hinten schneit's. Hier ist der Dschungel mit Sonne. Wo kommt die Sonne her, Alter? Alter, guck mal, wie geil grün das hier ist. Ohne Witz, Mann. Ey, immer wenn ich die Maps zuerst zocke, ich komme darauf gar nicht mehr klar. Alter, es ist ja Stellung. Warum renne ich hier rum? Ist das ein Gegner? Ne. Wir müssen auf jeden Fall zur Stellung hin, Leute. Und ich renne hier einfach rum. Ja, ich wollte die Map... Boah, hier regnet's. Was ist denn hier los, Alter? Da hinten die Sonne, da am Schneiden, da am Regnen. Das ist ja mal voll geil eigentlich. Also die Map, die ist zwar mega riesig, aber die hat was... Die hat diese... Oh, mich erschrocken, die Pisser. Da, ne. Ah, hier ist ein Felsch. Über mir, Alter. Über mir sind voll viele. Was mache ich denn hier? Ich bin hier ganz wie so ein Rillepeter am rumrennen. Egal, da sind die alle. Da. Zack, nachladen. Da oben. Och, scheiße, Mann. Egal, egal, egal. Ja, aber wir müssen heute auch nicht die beste Runde raus. Und Hauptsache, wir haben ein Spiel gefunden, was wirklich von Anfang an losgeht. Hier auf der Map. Gauntlet, Outlet, Alter. Gucken wir mal, was hier so abgehen wird. Ich versuche natürlich mein Bestes wie sonst auch immer. So, da oben. Da. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Was ein Headglitscher. Wie soll ich den mit... Warte, schau mal den jetzt. Hallöchen. Ja, so. Perfekt. Hab ich den bekommen. Okay. Alter, erst mal muss man diese Maps kennenlernen. Ich weiß gar nicht, wo die Gegner herkommen, wo die Stellungen sind. Ich weiß einfach nichts. Ich spiele die wirklich das erste Mal. Das merkt ihr auch in meiner Reaktion. Ich fake das bestimmt nicht nach. Umkämpft, umkämpft. Wir sind im Gegner. So, richtig, ja. Hab ich. Perfekt, Alter. Jetzt räumt der Öni auf hier im Dschungel mit Sonne, Alter. Wo ist Tatsan, Alter? Uh, ah, ja, ja, ja. Okay, das war richtig fail. So. Ui, 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 Alter. Da kommt er richtig auf die Kacke. Hab ich. Perfekt. So, hier müssten jetzt eigentlich ein paar herkommen, wenn ich mich nicht täusche. Also, eigentlich wäre es logisch, wenn ihr ein paar herkommt. Aber da kommt... Ah, die Stellung ist wieder woanders, Alter. Anders wie Thomas anders. So. Müssen wir ein bisschen vorbereiten. Egal, 6 zu 1, Freunde. Ist okay. Solange wir im Plus sind, ist alles super. Heute mal ein bisschen ganz gechillt. Die neuen Maps kennenlernen. Ich muss eigentlich unbedingt öfter Call of Duty bringen. Ihr feiert das ab nochmal. Ich feiere es ab nochmal. Und somit werde ich auch automatisch besser. Ich zocke natürlich so auch. Sehr viel Call of Duty in meiner... Oh, jo. Nein. Scheiße. Ich hab keine Zweitwaffe dabei. Mann. Ah. Das ist die Kacke an der Vespa. Man muss sehr viel nachladen mit dieser Waffe. Beziehungsweise man kann nicht mal zwei, drei Gegner hintereinander töten mit dieser Waffe. Och, du Scheiße. Auf jeden Fall ziemlich schwer, einen Gegner damit zu töten. Egal. 6, 3. Komm, wir machen das hier noch. Da. Okay. Der ist ja richtig motiviert. Springt der da um die... Oh, mein Gott. Guck mal, wie viele da sind. Ach, du Scheiße. Okay, okay. Wir nehmen gleich mal eine andere Waffe. Okay. Komm, das ist jetzt mein vorletzter Versuch mit der Vespa. Was labere ich da? Guck mal, wie umkämpft das hier ist. Ey, wie viel Schluck der... Okay, der hat dieses Dings gehabt. Der hat Dings gehabt, Mann. Gang-Hu. Das haben wir gleich auch, Alter. Gang-Hu. Ey, 7, 5, Alter. Das kann nicht sein. Die Wangen hat 5 Kills im Plus. So, wir müssen noch ein bisschen mal versuchen. Warte mal. Die sind alle über mir. Über mir ist einer. Da, da. Den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir. Ne. Wo? Hinter mir. Da ballert einer auf mich. Egal. Den hole ich noch. Nein, der wurde mir vor der Nase gestohlen. Verpiss dich. Ach, du Scheiße. Was geht hier ab? Ey, willst du mich verarschen? Warte mal. Was meinst du die Weevil hier? Jetzt bumse ich den weg. Hier. Was, Alter? Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Ey, langsam regen die mich auf. Okay, Freunde. Jetzt der letzte Versuch mit der Weevil. Wenn der jetzt nicht klappt, Mann. Dann sofort andere Waffe, ey. Ich nehme am liebsten die KN, Freunde. Die KN ist echt eine meiner Lieblingswaffen. Mann, Mann, Mann. Ja, das ist normal, wenn man auf neuen Maps zockt, Alter. Ist auch keine Ausrede von mir. Aber ihr wisst sicherlich, was ich meine. Komm, ein Versuch noch mit der scheiß Vesper hier, ey. Das ist eigentlich eine richtig... Was ist das denn, Alter? Welche Waffe hat der denn gehabt? Guck mal. Der pumpst einfach alle drei. Okay, jetzt reicht's, Freunde. Ihr wisst ja, wie ich mit der KN spiele. Die werden... Oh, jetzt müssen wir wieder warten, ey. Egal. Wir machen das jetzt, Freunde. Glaub mir mal. Da hinten wieder der Pisser mit seiner Kuh da, ey. Krieg ich auch eine andere Kuh. Diese Kuh in die Fresse von mir. Komm, überrasch den mal. Hast du den? Oh, jetzt haben wir... Kampffokus. Oh, ich hab was Falsches ausgewählt. Das wollte ich gar nicht. Jetzt hab ich hier so einen schwulen... Der liegt da doch nicht. Der liegt da doch nicht. Ey, ey. Der kann sich so in seinen Arschloch... Was ist denn Kampffokus nochmal? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Eieieieiei. 8 zu 9. Wir waren 5 Kills im Plus. Und jetzt im Minus. Das wird schon wieder ein richtiges Rage-Ops-Let's-Play. Plus 200. Ach so. Das ist dieser Kampffokus da. Genau, dass wir doppelte Punkte kriegen. So, jetzt werdet ihr sehen. Mit der Kuh da... Mit der KN werde ich ganz anders spielen. Guck mal, der ist da voll am Headclitch hinter seinem scheiß Auto. Komm nur da raus, ey. Mann, ey. Guck mal, der ist immer noch da. Hier. Und dann kriege ich nur einen Assist. Kriege ich nur einen Assist. Dann wird mir der Kill geklaut. Alter, hier regnet es. Da schneit es. Da schneit dir wieder die Sonne aus dem Arsch. Was ist denn los bei dieser Map? Ey, ich sehe es schon kommen, Alter. Meine Güte. Stellung ist ein richtiger Camper-Modus. Die chillen alle ihre Eier. Da. Ey, 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 ey. Ich raste gleich so aus, ne? 9 zu 11, ey. Boah, ey. Jetzt steht jetzt nicht bekommen. Dann wäre echt vorbei, ne? Leute, ihr wisst, eigentlich kann ich das spielen. Aber manchmal, vor allem, wenn ich neue Maps zocke, dann ist das immer ein bisschen was anders, ne? Dann, was ist das denn jetzt für ein Gerät hier? Oh, ne, das ist dieses scheiß Wächter, Mächter, Alter. Verpiss dich, Alter, Mann. Was ist das für ein Scheiß hier überall platziert? Ey, 10 zu 12. Wenn ich nicht im Plus gehe, ich mache irgendwas kaputt, Mann. Ohne Witz. Ey, das regt mich so auf. Es hat so schön gestartet, Alter. Ich habe die Maps so schön erkundschaftet. Und jetzt kriege ich auf den Sack. Guck mal. Boah, meine Ahnung. Ey, ich schwöre es dir. Gleich ist echt vorbei. M8A7 jetzt nochmal. Ey, Leute, 10 zu 13, Mann. Egal. Ich bin real. Ich zeige jedes Gameplay, was ich spiele. Und muss hier nicht 10 Runden spielen, bis ich ein gutes Gameplay habe, Alter. Ganz ehrlich, Mann. So muss es nicht sein. Wenn ich mal eine schlechte Runde habe, habe ich eine schlechte Runde. Da habe ich eine schlechte Runde. Da habe ich eine. Und die zeige ich euch auch. Meine Güte, ey. Das ist doch wohl ein Witz, ey. Noch ungünstiger können die nicht kommen. Jetzt habe ich die Maps schon ein bisschen näher kennengelernt, aber umkämpft. Am besten hat der mich jetzt noch getötet. Warte mal. So, jetzt hier um die Ecke. Ne, aber da stand doch umkämpft, Alter. Siehst du? Das heißt, hier war jemand. Wo? Da. Eie, 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 egal. Komm, wir kommen jetzt wieder zurück. Jetzt kommt unser Comeback mit der M8A7, Leute. Da rechts war einer, oder? Bin ich so blind? Ey, in den Dschungel sieht man nichts. Stellung gehört uns. Ich schwöre... Ja, Mann, Stellung gehört uns. Aber der Dschungel ist doch schön grün, Alter. Das gefällt mir. Diese grüne Natur, die beruhigt einen. Das ist richtig geil. Ah, nee. Einer von uns. Alter, sind überhaupt sechs Leute drin? Ja. Okay, brauchen wir noch zwei Kills, Leute. Dann sind wir wieder im Plus wenigstens. Mann, Mann, Mann. Heute wieder richtiges Chaoten-Let's-Play. Egal. Hauptsache, es ist ein bisschen lustig. Dann passt das schon. Wir müssen hier ein bisschen ja mal... Ey, ich will auf jeden Fall... Ey, guck mal, wo sind die denn? Ey, die laufen... Da. Hier. Ja, Mann, Alter. Wir haben schon drei Kills hintereinander gerissen. So, neue Stellung ist am Start. Ey, ich komme voll durcheinander, ne? Da regnet es, da schneit es. Da. Nee. Okay, komm, 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 komm. Alter, ey. Boah, hat der mich jetzt bekommen? Da hinten war noch einer. Yeah, Alter. Leck mich am Arsch. Comeback von Önis am Start. Drohne. Hier, Alter. So, jetzt zeige ich auch mal wieder, wer der Camper ist. Camper Öni am Start. Nein, Alter, von der Seite, Mann. Egal. Wir sind wieder im Plus mit zwei Kills. Der Öni ist back, Leute. Mitte M8A7. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Da sind alle. So, jetzt können die mal herkommen. Hallo. Ah, die kommen jetzt von der anderen Seite. Ah, wo sind die denn? Ich kann mich nicht entscheiden, Mann. Das ist scheiße Drohne. Boah, diese Map ist so riesig. Man weiß echt nicht, wie man am besten hier langlaufen soll. Ne, da auch. Da, da ist einer. Der legt sich da hin. Der ist ja richtig motiviert, Alter. Geh wieder zurück, wo du herkommst, du Schmock. Da. Hab ich. Boah, mit der M8A7, da merkt ihr. Da klappt's doch, ne? Damit klappt's. Da oben. Nein, der hat mich gemessen. Da hat er mir eine Bombe gegeben, ey. Egal, wir haben jetzt wieder Kampffokus. Wenn wir das aktivieren, dann haben wir eine Doppelpunktzahl. Komm, okay, warte. Wir drücken das jetzt mal, wenn wir gleich da sind. Ah ja, die Stellung ist hier. So, jetzt aktivieren wir die Scheiße mal. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? Disco. Da liegt jemand. Das ist doch nicht sein Ernst. Und da liegt da auch jemand. Ey. Ja, ich verstehe schon. Das ist Stellung, ne? Aber dass man sich da so hinlegt und nur dahin guckt. Ey, kommt der jetzt? Kommt der jetzt? Hä? Halt dein Maul, Alter. Ey, sowas ist doch lächerlich, Mann. Natürlich kann man ab und zu kurz chillen für 5 Sekunden. Aber doch nicht sein ganzes Leben, ey. Jetzt chillt er schon seitdem er klein ist. Da, ey. Da kriegt er. Ey, da war noch jemand. Da war jemand. Wo ist der hin? Da. Ne, hat er schon getötet. Optimal. Jetzt ist ja noch so ein Bettmobil. Guck mal, die chillen alle da drin. Ich glaube es nicht. So. Okay, die Stellung gehört uns. So, perfekt. Da kommt wieder jemand. Habt ihr das gesehen? Da. Ah, jetzt hat er noch so seine Scheiß. Ey, ey, ey. Immer treffe ich auf Gegner, die so Spezialfähigkeiten haben. Die mir Blitze schicken wie Harry Potter, Alter, ey. Mann, 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 ey. Richtige Obeliste-Peiniger. Schwarzer Magier. Zeus oder was weiß ich auch immer, wie wir die alle heißen da. Da kommt jetzt jemand. Da sind zwei. Da sind zwei. Die hole ich mir jetzt beide. Boah, woher rennen die denn hin, Mann? Da hinten. Komm. Hab ich? Ah, der war zu schnell weg. Der war zu schnell weg. Nein, ich dachte, ich kriege den aus der Luft, ey. Ja, also die Map, für die Map, würde ich sagen, bräuchte man auf jeden Fall so Waffen für weitere Distanzen. So wie die M8A7, die ist schon da, denke ich, gut gemacht. Aber man hat hier wirklich kaum so Kämpfe, wo man direkt vor dem Gegner steht. Ich wollte schon sagen, ey. Wie viel schlucken die hier teilweise. Ja, nicht die beste Runde heute, aber ich verspreche euch, Leute, demnächst wird wieder ein richtig geiles Gameplay von mir kommen. Ich muss mich nur mal wieder richtig einspielen, Alter. Und dann wird das auch was. 23, 20. Jetzt gucke ich kurz vor der Statistik nach und dann steht direkt der nächste Gegner vor mir. Ey. Oh Gott, das ist manchmal schlimmer als FIFA, dieses Spiel, Leute, ey. Boah. Ich bin schon genug geraged, Alter. Und jetzt kommt noch so eine Scheiße dazwischen. Nein. Oh Gott, Leute, ey. Ich krieg zu viel, ey. Oh, dieses Spiel. Das bringt mich noch um den Verstand, Alter. Das bringt mich noch um den Verstand. Aber um eins klarzustellen, ich hab nie gesagt, dass ich hier ein kranker COD-Spiel habe. Das hab ich nirgendwo gesagt. In keinem Let's Play oder sonst irgendwas. Ich bin aber auch nicht schlecht. Alter, guck mal, die chillen da hinten ihre Eier. Ne, jetzt reicht's. Jetzt nehmen wir die KN wieder. Komm. Wir sind am Führen. Aber Hauptsache, wir sind am Führen. Hauptsache, das Team gewinnt. Darauf kommt's an. Das Team muss gewinnen. Das ist ja ein Teamsport. So. Okay, komm. Ey, nein. Das glaub ich jetzt nicht. Ey, Freunde, manchmal. Teilweise schlucken die so viel, ne? Man braucht manchmal fünf Schüsse in seinen Kopf, damit der stirbt. Und der trifft mich einmal an meinem linken Zehnagel und ich bin tot. Wirklich, der schießt mir auf meinen Zehnagel. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Alter. Komm, jetzt nochmal die Weevil, die Wesper hier nochmal. Einmal viertel. Komm, bis zum Schluss hier nochmal die Wesper. Ja, wir sind nicht im Plus, Mann. Ich will auf jeden Fall einen Pluskills mindestens. Ja, komm. Ja, Mann, Alter. Boah. Jetzt hat die Wesper rasiert, ey. Jetzt hat... Ey, guck mal. Habt ihr gesehen, wie viel ich auf den drauf gewichst habe, Alter? Richtiger Kampfshot in seine Fresse. Und trotzdem hat er das aufgeleckt und überlebt. Mann, Mann, Mann. Wir haben sogar noch verloren, ey. 27, 26, Freunde. Ja. Kann man nix machen. Dann ist okay. Solange wir im Plus sind, ist alles super. Die Gegner waren aber auch nicht schlecht. Guckt euch mal deren Verhältnis an. Ist okay. Ich bin zufrieden. Aber das Wichtigste ist, Freunde. Wir haben die neue Map angezockt. Die dritte neue Map. Wir haben eine Runde gefunden, die von Anfang an losging. Ich habe gerade gesucht, extra für die Map. Hab eine Runde gefunden. Und die habe ich jetzt auch direkt genommen, Freunde. Ich muss jetzt nicht das Gameplay nicht zeigen, weil mein Gameplay nicht so gut war. Aufsache, wir haben ein bisschen Spaß. Unterhaltung. Wir haben ein bisschen Action dabei. So muss es sein, Leute. Und dann würde ich sagen, damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Vorhin kam noch, wie gesagt, Uncharted Online. Checkt die Folge ab. Morgen geht es weiter mit dem nächsten Video. Ich denke mal, morgen wird wieder Need for Speed kommen. Oder geht der San Andreas. Ich weiß noch nicht sogar. Ich glaube, Need for Speed ist dran. Ihr wisst ja besser Bescheid, als ich, wie der Uploadplan ist. Also alles nur nach der Reihenfolge. Schöne Grüße nochmal an Dircim und Cendrem. Checkt deren Video aus. Ganz oben in der Videobeschreibung. Haut rein, Leute. Seid die Besten. Lasst einen Daumen nach oben. Dann will mich wieder selber 10.000 Likes freuen. Seid die Besten.